Mein Name ist Marcel Peinzip, ich arbeite bei der Firma Kanzler Verfahrenstechnik. Ich bin dort in der Forschung tätig und wir arbeiten momentan an einem Projekt, in dem wir Epoxidharze synthetisieren aus nachwachsenden Rohstoffen. Ich habe die Chemieausbildung gemacht, weil ich schon immer interessiert war an Naturwissenschaften und ich wollte schnell einen Job finden und da hat sich die Chemieakademie angeboten, nachdem sie nur zwei Jahre dauert. Der Alltag in der Chemieakademie ist sehr praxisorientiert. Es gibt hauptsächlich Laborunterricht und danach oder davor gibt es dann Lehrveranstaltungen, die aufgebaut sind wie Vorlesungen und auch Teststudien. Jetzt im Arbeitsleben besonders hilfreich für mich sind das genaue Arbeiten und auch die Teamfähigkeit. Ich kann die Chemieakademie jedem empfehlen, der naturwissenschaftlich interessiert ist und gerne auch praktisch im Labor arbeitet. Drei. Drei.